Hallo zu einem neuen Video über die Programmiersprache Python und wie du Histogramme damit erstellen kannst. Histogramme ist ein sehr beliebtes statistisches Werkzeug und in diesem Beispiel möchte ich zeigen, wie man nun in Python das programmiert. Dazu habe ich bereits ein Beispiel vorbereitet. Im Wesentlichen reduziert sich die Erstellung eines Histogrammes auf zwei Import- bzw. Bibliotheken. Das eine ist das Matplotlib und der andere ist die Numpy, welche ich hier verwende für die Generierung von Zahlen bzw. Daten. Wie ihr seht, verwende ich sozusagen die Matplotlib für die visuelle Darstellung des Histogrammes und bezeichne diese in unserem Fall als PLT. Und ich verwende auch noch die Numpy für die Generierung von Zufallszahlen. Wie wir hier sehen, generiere ich mit np.random-normal sozusagen einen Bereich von Zufallszahlen. Diese speichere ich in der Variable x und in weiterer Folge verwende ich nun die Bibliothek für die Visualisierung eines Histogrammes, PLT, mit der Funktion hist. Wenn wir nun mit dem Mauskursor auf die Funktion hist navigieren, sehen wir nun ein Pop-up mit sehr vielen Funktionen und Aufrufen. In unserem Fall führen wir das in der einfachen Variante an und zwar indem wir die Variable x übergeben und letztlich mit show dann das Histogramm visualisieren. Bei Histogrammen ist es ja so, dass man auch die Klassenbreite bzw. Intervalle angeben kann. Wie wir hier sehen, sind diese angegeben von 140, 150. Also diese sind automatisiert vorgegeben. Bevor wir das tun, möchte ich aber noch zwei weitere nützliche Funktionen vorstellen und zwar indem wir auch, wie es sich üblicherweise gehört, auch den Titel zu diesem Histogramm angeben. Und zwar mit der Funktion title. Hier können wir sagen Histogramm. Und dann gibt es noch die Bezeichnung für die Achsenbezeichnung x und y. und diese können wir mit x-Label als Wert angeben und y-Label, die y-Achse mit der Häufigkeit. Wenn wir das nun ausführen, erhalten wir nun entsprechend die Darstellung. Nun, zu dem erwähnten Thema Verteilung bzw. Klassenbreite, Intervalle. Und zwar ist es so, dass wir bei dem Aufruf PLT Histogramm x bereits auch die Intervalle zurückbekommen. Wir können uns das ganz einfach ansehen, indem wir sagen, wir nennen es eine neue Variable BINs und diese geben wir aus, und zwar die Klassenbreite BINs. Und zwar können wir das nun entsprechend mit BINs und wir können die ersten vier uns näher ansehen. Wie wir sehen, haben wir nun entsprechend die ersten vier Klassenbreiten hier angegeben und können uns somit auch auf die Konfiguration näher eingehen, indem wir folgende Parametrisierung vornehmen. Und zwar kann ich hier im Aufruf von der Histogramm-Funktion die BINs entsprechend anpassen, zum Beispiel auf 50. Und haben nun eine feinere Aufgliederung der einzelnen Werte und können das beliebig nun entsprechend mit dieser Funktion angeben. Darab hinaus gibt es noch viele weitere Funktionen, zum Beispiel logarithmisch oder auch, was gibt es da noch alles, die Farben und viele weitere. Zum Beispiel ist auch eine sehr beliebte Darstellung, dass man das Histogramm horizontal darstellt und bekommt das Histogramm entsprechend in dieser horizontalen Darstellung. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen wenigen Aufrufen ein Histogramm in der Programmiersprache Python erstellen. Falls du Fragen dazu hast oder auch Ideen dazu, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen und ich freue mich auch sehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!